Springen wie ein Känguru Hi, mein Name ist Hanyo und ich bin der Autor von Springen wie ein Känguru. Und in diesem Buch warten 16 Tiere darauf, von dir spielerisch nachgeahmt zu werden. So zum Beispiel auch der Esel. Kannst du auch deine Hufe so ausschlagen wie ein Esel? Und vielleicht ist dein Lieblingstier ja auch dabei. Weil meins ist dabei, das ist das Einhorn. Ja und jetzt mach doch gleich mal mit und schau ob du auch so durch die Gegend hüpfen kannst.